Hi Leute, herzlich willkommen bei Team Buschkraft. Ich darf euch heute mal wieder begrüßen zu einem relativ spontanen Outdoor Trip. Ich hatte heute einfach mal Lust wieder raus zu gehen, ein bisschen in den schönen Wald, wie ihr sehen könnt, was zu kochen und einfach die Natur ein wenig zu genießen. Und dann habe ich meinen Rucksack gepackt, wie ihr da hinten sehen könnt, ein paar Sachen eingepackt, mir die Kamera geschnappt, bin einfach rausgegangen. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann kommt mit. Ich glaube, ich habe eine ganz schöne Stelle gefunden, wo ich mich heute niederlassen werde. Hier so. Zwischen den Bäumen werde ich meinen Tabak spannen. Und dann werde ich was Leckeres zu essen kochen. Einfach ein bisschen die Ruhe in der Natur genießen. Hier hinten hinter mir ist so ein kleiner Nadelwald. Und auf der anderen Seite kommt dann ein Laubwald. Ist ganz schön. Ich stehe hier quasi so an der Grenze. Tja, würde ich sagen, fange ich mal an, meinen Tab aufzubauen. Bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, habe ich mir großes Dach abgespannt mit einem 3x3 Meter CD Tab. Ich wusste nämlich nicht, ob das Wetter sich so hält. Eben kam zwar mal ein wenig die Sonne raus, aber es kann immer noch sein, dass es anfängt zu regnen. Das habe ich mir hier schön abgespannt. Hier unten habe ich mir dann ein Plötzchen hingestellt, wo ich mich gleich draufsetzen kann. Hier habe ich meine Sachen hingelegt. Ich habe auch so eine kleine Hobo-Dose dabei. Vielleicht mache ich die gleich noch an. Tja, jetzt würde ich sagen, tue ich erstmal eine Kleinigkeit kochen. Ich habe heute noch nicht viel gegessen. Und sehe mir so, was der Tag noch bringt. So, ich habe jetzt ein wenig den Boden freigemacht, wo wir gleich kochen werden. Kochen werde ich mit dem Espit 2 in 1 Kocher in Kombination mit dem Spiritusbrenner von Espit. So sieht er aus. Den habe ich euch ja schon vorgestellt. Ich kann auch mal, wenn ihr Lust drauf habt, für die, die es interessiert, ein paar Ausrüstungsgegenstände, die ich hier verwende, unten die Videobeschreibung setzen. Ich bin Ihnen interessiert, was ich hier so verwende heute. Und ja, zu essen geben wird es meine heißgeliebte Erbswurst von Knorr. Und dann können wir es uns gleich schmecken lassen. So, der Kocher brennt. Ich habe ja auch schon mal einen Topf mit der klein gemachten Erbswurst. Gucken, da wer gerade steht. Und dann müssen wir nur noch warten, bis die Suppe fertig ist. Und dass das ein wenig schneller geht, machen wir jetzt Deckelchen drauf. Und jetzt heißt es abwarten. So, mein Süppchen ist fertig. In der Zwischenzeit habe ich mich hier drüben auch schon mal um meine Robo-Dose gekümmert, dass ich gleich ein bisschen Feuer da drüben machen kann. Das ist auch schon langsam am Angehen. Und dann werde ich es mir jetzt schmecken lassen. So, ich werde es mir jetzt hier gut schmecken lassen. So, während ich jetzt mein Süppchen mir schmecken lasse, habe ich mein Feuer hier schon an. Ihr seht, ich habe um das Feuer das Lob schon weggemacht. Das ist auch immer das Wichtigste. Da die Feuerstelle immer absichert. Das Feuer bleibt ja auch in der Dose bei mir. Und so kann nichts passieren. Und das ist natürlich das Wichtigste, wenn ihr im Wald hier Feuer macht, dass nichts passieren kann. So, ich habe fertig gegessen. Das Feuer ist jetzt soweit runtergebrannt. Ich hätte zwar noch ein bisschen Brennmaterial, aber das lassen wir jetzt mal so. Es muss ja auch noch auskühlen. Ich fange jetzt langsam an, hier ein bisschen zusammen zu packen. Dann baue ich ganz gemütlich ab. Und dann streife ich noch ein wenig durch den Wald. Mach mich aber schon auf den Heimweg. Denn es sieht die ganze Zeit noch danach aus, als würde es nochmal anfangen zu regnen. Aber ich lasse mir Zeit. Du kannst in Ruhe hier abbauen. Und dann gehe ich langsam nach Hause noch ein bisschen durch den Wald. Streifen. Hier. Ring herum. So, ich habe jetzt zusammengepackt. Da vorne könnt ihr noch meinen Rucksack und meine Jacke sehen. Wie ihr seht, habe ich keine Spuren hinterlassen. Habe all meinen Müll mitgenommen, wie es sich gehört. Tja, jetzt mache ich mich langsam auf den Weg aus dem Wald. Werd noch ein bisschen hier so durch den Wald streunern. Die Sonne kommt so ein bisschen zwischen Baumwitzeln durch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf der Kamera. Da vorne. Ne, kann man nicht so gut sehen. Auf jeden Fall kommt die Sonne jetzt noch ein bisschen durch. Und dann mache ich mich langsam auf den Heimweg. Ich lese runter. Anhaltander. Kann man dir mählen. Ich füge mich langsam auf, ich kann dir schneiden. Wir trete mal wieder. Dann ist die Sonne. Zahl dir was. Ich verstehe mich langsam auf der Kamera. Und dann alle anderen. Ceras mit абсолютно bastante 1988 haben. Du so schnack dich. Vielen Dank. So, ich bin jetzt hier schon auf dem nächsten großen Waldweg, wie ihr hier sehen könnt. Auf dem Weg nach Hause. Ich hoffe, euch hat meine kleine, spontane Tour in den Wald mit ein bisschen Kochen, bisschen Natur genießen, einfach mal wieder rausfallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Für die, die es noch nicht getan haben, ich freue mich immer über neue Abonnenten. Also abonniert mich. Ich werde auch mal gucken, da werde ich ein bisschen meine Ausrüstung unten in der Videobeschreibung verlinke. Für die, die es interessiert. Für будущее. Das war's für mich. Über�